ARD Text im Auftrag von Funk Irgendwie komisch, für den schlimmsten Tag deines Lebens geehrt zu werden. Sie haben Dinge erlebt, die wir andere nie erleben werden. Das muss schwer auf den Schultern eines jungen Mannes lasten. Es ist so schön, dich wiederzuhaben, kleiner Bruder. Ihre Geschichte, Billy, die gehört nicht mehr Ihnen. Sie gehört jetzt Amerika. Hier bist du nun, Billy. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich als Teil von etwas, das größer ist als ich selbst. Man muss die Tür nur einen kleinen Spalt öffnen und Licht strömt hinein. Und was ist da wirklich passiert? Kann ich dich was fragen? Wie kommt's, dass du mich nicht magst? Dich mögen? In welchem Gesetz? Ich gehe dir.